Du hast einen Brief von einer Behörde oder von der Universität bekommen und dieser ist auf Deutsch. In diesem Video erfährst du, wie du den Brief am schnellsten in deine Sprache übersetzen lässt. Als erstes machst du ein Foto von dem Brief mit deinem Handy, möglichst gerade ausgerichtet und keine anderen Objekte auf dem Foto. Als nächstes lädst du eine Übersetzungs-App aus deinem App Store, zum Beispiel DeepL. Öffne die App. Stelle die Eingangssprache auf Deutsch und die Zielsprache auf deine gewünschte Sprache. Klicke auf das linke Symbol und wähle das Bild deines Briefs aus. Die App übersetzt den Text sofort. Du kannst ihn speichern, teilen oder kopieren. Es ist möglich, einzelne Worte zu markieren und sie im Wörterbuch nachzuschlagen. Außerdem kannst du dir den Text vorlesen lassen. Aber Achtung! Eine automatische Übersetzung mit einer App ist nicht immer ganz genau. Wenn du unsicher bist, frag am besten den Absender. Für die Übersetzung mit einer App wird keine Haftung übernommen. also Körper, wünsche die Übersetzung mit einer App. Dann kannst du den Absender. Anzeichen bleibt hier, weil aus der Schrift der Bistau in einem, die Transchrift Lim some